Wir beginnen mit sehr klassischen Melodie, welcher ungefähr 300 Jahre geleden Tommaso Albinoni in der Renaissance-Zeit gecomponeert. Diese Melodie lebt bis diese Zeit, bis jetzt. Es ist sicher, ich denke noch duzenden Jahre alt. Phänomenal, eine mooie Melodie. Wir arbeiten für drei Wochen. Mag ich Fragen da? Stilte. Merci. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.